Hallo Fragt man Leute, welche Diagnose sie beim Arzt am meisten fürchten, antworten viele Krebs. Das kommt daher, dass fast jeder Betroffene im Bekanntenkreis hat, die schon einmal mit dieser Krankheit zu kämpfen hatten. Auch halten viele Krebs für schwer oder gar nicht heilbar. Tatsächlich kann aber mehr als die Hälfte der Patientinnen geheilt werden. Die Chancen variieren stark zwischen den verschiedenen Krebsarten und den Krankheitsstadien, in denen mit der Behandlung begonnen wird. In diesem Video geht es um die tödliche Krankheit Krebs. Gefahrenpotenziale verschiedener Arten werden verglichen, die Stadien vorgestellt und der Unterschied zwischen gutartigen und bösartigen Tumoren wird erläutert. Abschließend werden mögliche Behandlungsmöglichkeiten vorgestellt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Das ist die Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Wir sehen uns im Zensuren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.